Zeitnahe Lieferung, schade dass es die Bedienungsanleitung nicht auf Deutsch gab. Fritteuse riecht stark nach Chemie. Lesen Sie weiter. Wir haben die Heißluftfritteuse nun schon einige Male genutzt, überwiegend für Fritten. Das Ergebnis ist super und der Geschmack auch. Dadurch, dass kein Öl gebraucht wird riecht es im Haus auch nicht fettig. Die Reinigung klappt gut, mal sehen wie der Langzeittest ausfällt. Kleines Manko wäre die Größe des Korbes, für vier Personen reicht es aber für zusätzliche Mitesser müssen zwei Ladungen gemacht werden, was aber in gut 15 Minuten zu erledigen ist. Von der Lautstärke ist das Gerät in Ordnung, klar hört man es aber eine Dunstabzugshaube ist ähnlich laut. Bisher gibt es ein klare Kaufempfehlung. Schönes Gerät, viel Platz, 5 Liter Volumen, einfache Bedingungen, sehr gute Leistung. Sehr gut, täglich im Gebrauch, einfach Gantapung, würden wir immer wieder kaufen. Ist ein guter Helfer in der Küche. Das Teil ist gut verarbeitet und macht richtig Spaß. Bin absolut begeistert. Würde sie jederzeit wieder kaufen. Einfach Klasse. Absolute Kaufempfehlung. Klicken Sie auf Link in Beschreibung, um weitere Bewertungen zu erhalten. bei einem super viel Platz. Wir sehen uns beim nächsten Mal, der город wird aufrecht. Es geht um grains, ja Gü but Delaware. Bis zum nächsten Mal, der ich bei einem classer Schalter macht ihn dir in undacht. Wenn wir nur noch Merk Astario machen,, bis zum nächsten Mal. D